Ich habe den Morgen heute entspannt alleine gestartet mit ein bisschen Yoga und danach ging es für mich um meine Tochter in die Stadt. Hier ist gerade jemand richtig verliebt in seine Gummistiefel, deswegen tragen wir nur diese Schuhe und das gefühlt 24-7 drin und draußen. Für mich gab es Kaffee, für meine Tochter Hafermilch. Während ihrem Schläfchen habe ich den Einkauf ausgepackt, ihr Essen vorbereitet und mir einen grünen Smoothie gemacht. Marisa liebt es irgendwie so ganz kleine Sachen zu essen. Ist das bei euren Kindern auch so? Hier habe ich mal wieder gemerkt, dass es viel einfacher ist, sie am Haushalt zu beteiligen. Hier trägt sie ihrer Puppe noch eine Runde durch die Wohnung und dann haben wir den Papa von der Arbeit abgeholt und wann noch einen Tee trinken.